Moin Leute, hier ist wieder der Chernobyl mit einem kleinen Video zu Metro Last Night und heute geht es um den Erfolg, kein Kaninchen, bringe den Level Asche zu Ende ohne einen Treffer zu kassieren das ist eine ganz einfache Sache und zwar sind wir hier Kapitel 2 und in der Mitte vom Kapitel kann man einfach Neustartung und Kontrollpunkt ausmachen dann fängt man hier an und geht nach links und dann kann man gleich hier so einen Typ aufsammeln das nur nebenbei, er hat eine Waffe und alles mögliche Werk, aber darum geht es hier jetzt nicht also fangen wir hier an und gehen dann hier den Weg runter und dann gehen wir ein bisschen stark und dann kommen Viecher auf uns zu, von denen wir nicht getroffen werden dürfen So, jetzt mal ein bisschen vorwärts gehen, bis die Viecher kommen und dann laufen wir einfach wieder zurück zu dem Baum, der da war und da bleiben wir dann einfach stehen also ganz hinten zurücklaufen zu dem Baum hier weil der schützt uns auch ein bisschen und die Viecher, die brauchen lange, bis sie bei uns sind deswegen ist es eigentlich kein Problem hier alle Viecher abzuknallen bis das Level äh, bis keine mehr kommen das ist auch der einzige Angriff in dem Level deswegen muss man nur die Welle hier überleben ohne getroffen zu werden und dann müssen wir den Level noch zu Ende spielen und danach hat man den Erfolg so das war's schon jetzt sind alle platt das war's schon so schon sind wir beim schluss fangen wir den typen dann kommt die endsequenz und wenn die vorbei ist müsste der erfolg eigentlich kommen ja ich sag mal es ist eine ganz einfache sache einfach ganz hinten bleiben und netter schwer drauf loslaufen hinten mal bauen stehen bleiben und ein nach den anderen abknallen dann ist das alles kein problem mehr dann einfach das level zu ende spielen bis zum schluss kommt keine gegner mehr in dem level und dann kommt ihr die zwischen sequenz und danach bekommt man den erfolg nachdem man jetzt hier guten morgen gesagt kriegt so werde ich auch jeden morgen geweckt da ist er ja das war's auch schon bis denne tschüss und sie konnte in meinem verstand